Damals tat sich einiges im Baltikum, Unabhängigkeit, Bewegung, sozusagen im Osten viel Neues. Uns begegnete eine sehr, sehr schöne, historisch pralle Stadt, aber es hat gleichzeitig auch eine Uferpflichtung damals gegeben, eine neue Bernhard-Press-Judenmord in Lettland und er zeigte dann die andere Realität der lettischen Hauptstadt. Und wir schließen eben, das haben ja die Jugendlichen, das haben wir eben sogar noch vom letzten Herbst gesagt, aber damals war es noch deutlicher, im Ghetto das meiste erhalten, wirklich. Und dann eben im Wald von Bikenecki, 55 Massengräber haben wir damals gezählt und dann das eine war, was man las, was wir von ersten Überlebenden hörten, war schon so unfassbar grausam. Aber dann kam als Zweites dazu, dass man vor Ort erlebte, dass es kaum jemand zum Wissen schien und erst recht nicht interessierte. Also eine verschüttelte, vergessene, verdrängte Vergangenheit. Und das war eben Anstoß, um davon hier zu berichten. Ich möchte dann in meinem Vortrag in folgenden Schritten vorgehen, wobei ich natürlich auch vieles zurückgreifen kann, was die Schülerinnen und Schüler hier schon gezeigt haben, was wir an Bildern, da müssen wir auch draußen in der Ausstellung sehen. Also zunächst mal kurz die Schritte zur Deportation, dann zwolten die wichtigsten Orte des Naziterrors in Niederlande, als letztes schließlich, die nach 1945 mit dieser Geschichte eben in Deutschland umgegangen worden wurde.